Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 48. Let's Play. Wir spielen wieder mit einem starken Gegner mit fast 2-1. Oh, okay. Und ich ziehe hier Läufer nach C4 und schaustiere und möchte gar nicht C3. Nein, ich wollte C3 spielen. Okay, gut. Der Aufbau ist, was ich jetzt da gespielt habe, ist ein bisschen außergewöhnlich. Aber, denke ich, auch noch spielbar. Ich wollte eigentlich C3 und dann muss ich D4 zeigen, bin aber irgendwie auf die falsche Maustaste gekommen. Naja, sowas passiert. So sollte es auch spielbar sein. Was macht er denn da? Okay, ich spiele A4. Übt hier ein bisschen Druck aus. Wenn er hier nimmt, dann ist die Dame auf der Linie und möchte dann mit meiner Dame gleichzeitig von dieser Fesselung raus. Ähm, ich hätte ja auch vielleicht C3 spielen können. Hier noch. Das ist ja auch interessant. Ah, weil jetzt macht er sowas. Aber ich habe den da. Ich habe den da. Deswegen ist es häufig gut, bei den Fesselungen H3 zu spielen. Aber wichtig ist, wenn die Fesselung da ist, nicht schon davor. Das machen viele, jetzt ist die Dame gefangen, oder? Das machen viele Amateurspieler falsch, dass sie davor schon H3 spielen und dann war es Zugverlust. Das ist dann auch nicht so gut. So, jetzt, was ich jetzt auf die Schnelle gesehen habe, ist Läufer nach G5. Springer schlägt, Springer schlägt und alles. Die Dame ist immer noch gefangen. Läufer schlägt hier. Hilft nicht. Das ist aufgabereif, oder? Oder hat er da noch was? Ich sehe es nicht. Gut, dann machen wir das doch mal. Und schauen mal, was er da noch hat. Aber ich glaube, das ist, das kann man, denke ich, aufgeben. Außer, ich habe jetzt was übersehen. Aber die Dame hat doch jetzt kein Feld mehr. Da hat sie keine Felder mehr. Da nicht wegen dem Läufer. Da auch nicht. Da auch nicht wegen dem Läufer. Das Zwischenschach hier bringt nicht wirklich was. Dann sind einfach nur die zwei Springer weg. Vielleicht nur das hier schlage ich da. Die Dame hängt immer noch. Ja, ich glaube, das ist aufgabereif. Oder, naja, mit Dame weniger wird es sehr schwierig gegen mich. Also, gegen mich ist natürlich so. Ah, jetzt hat er aufgegeben. Ja, das ging schnell. Schnelle Partie. Elf Züge, okay. Komfort, sowas. Und kann passieren, dass man die Dame, das ist jetzt auch echt ungünstig, dass sie wirklich gar kein Feld mehr hat. Deswegen wachsam bleiben bei der Dame. sie nicht zu früh rausziehen, weil sonst, wie man sieht, kann sie eventuell gefangen werden. Genau. Das war jetzt ein schnelles Let's Play. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann wie immer abonniert gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.